Zu Beginn muss ich noch auf einen Fehler hinweisen. Im Video spreche ich von neuralen Netzwerken. Die korrekte Übersetzung von Neural Network ist jedoch neuronales Netz. Das ist ein neurales Netzwerk, genauer gesagt die Struktur von einem neuralen Netzwerk. Jeder dieser blauen Kreise ist hierbei ein sogenanntes Neuron und die weißen Striche, die die Neuronen verbinden, werden Gewichte genannt. Was genau ein Neuron oder was ein Gewicht eigentlich ist, darauf möchte ich im späteren Verlauf dieses Videos noch eingehen. Neurale Netzwerke sind in sogenannten Layern, also Schichten, organisiert. Das erste Layer ist hierbei immer das sogenannte Input-Layer. In unserem Input-Layer befinden sich hier drei Input-Neuronen. Daraufhin folgt ein oder mehrere sogenannte Hidden-Layer. Das Prinzip, ob man jetzt aber ein oder ganz viele Hidden-Layer hat, ist dabei dasselbe. Wir haben in unserem Beispiel nur ein Hidden-Layer mit vier Neuronen. Und die letzte Schicht bildet das sogenannte Output-Layer. Wir haben hier zwei Output-Neuronen in unserem Output-Layer. Bevor wir uns jetzt aber die Funktionsweise des neuralen Netzes anschauen, möchte ich zunächst eine Blackbox über den Rest des neuralen Netzwerks legen und den Fokus zunächst auf das Input-Layer und auf das Output-Layer legen. Zunächst benötigen wir für unser neurales Netzwerk einen Input. Das Input ist unser Input-Vektor X. Hierbei ist wichtig, dass der Input-Vektor nur Zahlen enthalten darf. Also sind Buchstaben oder sogar Objekte verboten. Zusätzlich muss die Länge des Vektors, also sprich wie viele Elemente der Vektor hat, mit der Anzahl der Input-Neuronen des neuralen Netzes übereinstimmen. Unser neurales Netzwerk berechnet dann auf Basis unseres Input-Vektor X einen Output-Vektor O. Hierbei ist auch wieder wichtig, dass die Anzahl der Output-Neuronen die Länge des Output-Vektors vorgibt. Nun stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich der Input und der Output von unserem neuralen Netzwerk? Also sprich, was geben wir da rein? Was haben wir davon? Angenommen, wir möchten einem Auto beibringen, selbstständig zu fahren. Dann könnte unser Input-Vektor zum Beispiel die Distanz zu den Wänden in den drei Richtungen links, geradeaus und rechts enthalten. Unser Output-Vektor könnte dann zum einen sein, um wie viel Grad das Lenkrad eingeschlagen werden muss und wie schnell das Auto fahren soll. Wir haben jetzt schon ziemlich lange über Neuronen geredet, ohne eigentlich zu wissen, was Neuronen genau sind. Was ein Neuron jetzt ist, das möchte ich anhand dieser Grafik erklären. Und keine Sorge, die Grafik sieht deutlich komplizierter aus, als sie eigentlich ist. Hierbei repräsentiert wieder jeder Kreis ein einzelnes Neuron. Der große Kreis in der Mitte ist das Neuron, anhand dem wir uns anschauen wollen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Die Neuronen X11, X12 und X13 sind alle Neuronen aus dem vorhergehenden Layer von unserem aktuellen Neuron. Und die Gewichte W1, W2 und W3 verbinden die Neuronen aus dem letzten Layer mit unserem aktuellen Neuron. Am besten lässt sich das Ganze an einem Beispiel erklären. Wir setzen jetzt den Output von unserem Neuron X11 auf 0,4. Der Output von dem Neuron X12 ist 0,1 und unser letzter Output ist 0,7. Und für die Gewichte legen wir ebenfalls beispielhaft die Werte 0,3, 0,4 und 0,2 fest. Um jetzt daraus den Output von unserem Neuron zu berechnen, müssen wir zunächst die Summe von I gleich 0 bis M, WI mal XI auflösen. Das funktioniert ganz leicht, indem wir zunächst 0,4 mal 0,3 rechnen, darauf 0,1 mal 0,4 addieren und auf dieses Ergebnis nochmal 0,7 mal 0,2 addieren. Das ergibt dann insgesamt einen Wert von 0,3. Unsere nächste Unbekannte ist dann klein b. Klein b steht hierbei für das Bias des Neuronen. Und jedes Neuron hat einen eigenen Bias-Wert, der beim Trainieren individuell festgelegt werden kann. Für unser Beispiel setzen wir den Bias-Wert einfach auf 0,5. Und jetzt können wir noch die 0,3 mit der 0,5 verrechnen und kommen insgesamt auf f von 0,8. Um jetzt aber den finalen Output von unserem Neuron zu bestimmen, müssen wir die 0,8 noch mit der sogenannten Aktivierungsfunktion f verrechnen. Hier sehen Sie den Graphen der Aktivierungsfunktion. Wie Sie sehen können, ist der Definitionsbereich ganz R, also darf man jedes X einsetzen in unsere Funktion. Und der Wertebereich von unserer Aktivierungsfunktion liegt zwischen 0 und 1. Die Funktionsgleichung der Aktivierungsfunktion ist 1 geteilt durch 1 plus e hoch minus X. Durch die Aktivierungsfunktion wird also mit festgelegt, für welchen Wert das Neuron wie stark feuert, also wie groß der Output-Wert für einen gegebenen Input-Wert ist. Und damit wissen wir jetzt alles, was wir brauchen, um den fertigen Output von unserem Neuron zu bestimmen. Wir müssen nur noch den 0,8 mit unserer Aktivierungsfunktion verrechnen und erhalten damit dann einen fertigen Output von ungefähr 0,69. Das bedeutet dann also, dass unser Neuron 0,69 entweder an die Neuronen im nächsten Layer weitergibt oder, falls unser Neuron ein Output-Neuron ist, 0,69 ein Element im Output-Vektor ist. Jetzt, da wir wissen, was ein Neuron bzw. was ein Gewicht ist, schauen wir uns nochmal die Struktur vom Anfang des Videos an. Und wir beginnen hierbei auch wieder mit unserem Input-Vektor X. Und nun fassen wir die Gewichte als Matrix auf, wobei in der ersten Reihe alle Gewichte sind, die ein Neuron aus dem ersten Layer mit dem ersten Neuron aus dem ersten versteckten Layer verbinden. Und in der zweiten Reihe der Matrix sind dann alle Gewichte, die ein Neuron aus dem Input-Layer mit dem zweiten Neuron in unserem ersten Hidden Layer verbinden und so weiter. Und ebenfalls fassen wir die vier Bias-Werte von unseren vier Neuronen im ersten Hidden Layer als Vektor auf. Und damit lässt sich dann A1 bestimmen, was genau A1 ist, da komme ich gleich noch drauf. Und zwar lässt sich A1 berechnen, indem wir zunächst den Input-Vektor mit der Matrix W1 multiplizieren, darauf den Bias-Vektor addieren und dann jedes Element des resultierenden Vektors mit der Aktivierungsfunktion verrechnen. Und der Vektor A1 enthält jetzt dann als Elemente genau das Output von unseren Neuronen im ersten Hidden Layer. Also sprich genau das, was unser erstes Hidden Layer an unser Output-Layer in diesem Fall weitergibt. Und wenn wir dann die Gewichte, die das Hidden Layer mit dem Output-Layer verbinden, wieder als Matrix auffassen, sowie den Bias-Vektor auch als Matrix auffassen, können wir so dann A2 berechnen. Und A2 ist dann auch schon der Output von unserem neuralen Netzwerk. Wir kommen jetzt zur wichtigsten Frage dieses Videos, und zwar, wie trainiert man überhaupt neurale Netze? Wobei wir vorher eine vielleicht sogar noch wichtigere Frage klären müssen, und zwar, was bedeutet es denn überhaupt ein neurales Netzwerk zu trainieren? Beim Trainieren von einem neuralen Netzwerk werden die Gewichte und die Bias so angepasst, dass das neurale Netzwerk nachher die gegebene Aufgabe möglichst ideal erledigen bzw. lösen kann. Am Beispiel von unserem selbstfahrenden Auto wäre es zum Beispiel, dass das Auto nach dem Training in der Lage ist, Kollisionen mit Wänden zu vermeiden. Und natürlich gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, mit denen man neurale Netzwerke trainieren kann. Ganz bekannt ist zum Beispiel die Backpropagation. Ich möchte heute allerdings vorstellen, wie man neurale Netze mithilfe von genetischen Algorithmen trainieren kann. Genetische Algorithmen deswegen, weil sie nicht nur sehr leicht zum Verstehen sind, sondern auch sehr leicht zum Implementieren sind und man mit ihnen sehr gut erste Erfolge auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz erzielen kann. Bei genetischen Algorithmen geht man dabei wie folgt vor. Im ersten Schritt erstellt man eine initiale Population. Das bedeutet, man erstellt ganz viele zufällige neurale Netzwerke, wobei zufällig heißt, dass sie zufällige Gewichte und Bias haben. Im nächsten Schritt evaluiert man dann die initiale Population, sprich man schaut, welche der neuralen Netze haben denn die Aufgabe besser gemacht als andere neurale Netzwerke. Im Beispiel von unseren selbstfahrenden Autos könnte man zum Beispiel umso mehr Punkte verteilen, umso seltener die KI das Auto gegen eine Wand gefahren hat. Und zum Schluss bildet man dann eine neue Population auf Basis der initialen Population. Diese neue Population wird dann wieder evaluiert und dann tut man auf Grundlage der eben evaluierten Population wieder eine neue Population bilden und immer so weiter, bis man dann irgendwann eine Population hat, die das Problem lösen kann. Zuletzt bleibt dann noch die Frage, wie genau man denn diese neue Population bildet und hierfür wird für jedes Netzwerk, das man neu bilden möchte, ein sogenanntes Crossover durchgeführt. Wenn man also eine Populationsgröße von 1000 hat, dann führt man 1000 Crossover durch und die resultierenden 1000 Netzwerke aus diesen 1000 Crossovern sind dann eben die neue Population. Wir schauen uns mal für ein neues Netzwerk ein Crossover am Beispiel an. Zu Beginn wählen wir für das neue Netzwerk zwei Elternnetzwerke aus, einmal Elternnetzwerk 1 und Elternnetzwerk 2. Elternnetzwerk 1 und 2 werden dabei aus der letzten Population ausgewählt, wobei zu beachten ist, dass die Chance für ein Netzwerk höher ist, ausgewählt zu werden, umso höher die Punktzahl des Netzwerks ist. Sprich, Netzwerke, die eine hohe Punktzahl erreicht haben, haben eine höhere Chance für ein Crossover ausgewählt zu werden und somit eine höhere Chance als Elternnetzwerk für ein neues Netzwerk genommen zu werden. Wir färben jetzt die Gewichte vom ersten Elternnetzwerk Rot und die Gewichte vom zweiten Elternnetzwerk Grün. Und was jetzt passiert ist, man sucht sich einen zufälligen Punkt aus und bis zu diesem zufälligen Punkt bekommt das neue neurale Netzwerk alle Gewichte vom ersten neuralen Netzwerk und ab diesem Punkt erhält das neurale Netzwerk dann alle Gewichte vom zweiten Elternnetzwerk. Dasselbe wird dann noch für die Bias durchgeführt, man sucht sich wieder einen Schnittpunkt, im Idealfall sogar denselben Schnittpunkt und dann wieder bis zu diesem Schnittpunkt erhält das neue Netzwerk alle Bias vom ersten Elternnetzwerk und ab diesem Schnittpunkt dann alle Bias vom zweiten Elternnetzwerk. Im letzten Schritt geht man dann nochmal alle Gewichte und Bias des Netzwerks durch und tut diese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verändern. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Gewicht bzw. Bias verändert wird, wird hierbei Mutationsrate genannt. Eine Mutationsrate von 0,02, also 2%, bedeutet hierbei, dass ein Gewicht bzw. Bias mit einer Chance von 2% verändert wird. Und um wie viel ein Gewicht bzw. Bias verändert wird, gibt die sogenannte Mutationsrange an. Eine Mutationsrange von 0,3 würde dabei bedeuten, dass eine zufällige Zahl zwischen minus 0,3 und plus 0,3 generiert wird und diese Zahl dann auf das zu mutierende Gewicht bzw. Bias drauf addiert wird. Insgesamt entsteht so dann also ein neues Netzwerk, das einen Teil der Gewichte bzw. Bias vom ersten Elternnetzwerk und einen Teil der Gewichte bzw. Bias vom zweiten Elternnetzwerk hat. Und damit ist man dann im Prinzip auch schon fertig. Jetzt am Ende dieses Videos möchte ich noch auf die Videobeschreibung verweisen. Dort sind weitere Ressourcen für Leute, bei denen jetzt das Interesse geweckt worden ist und die sich jetzt mehr mit dem Thema KI auseinandersetzen möchten. Genau, dann bleibt mir an der Stelle nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören.